Es ist die letzte Runde vor dem Wochenende. Es geht dem Ende entgegen. Wollen wir mal schauen, was das Ganze für die Märkte aktuell bedeutet, denn wir haben ja einige wichtige Einflussfaktoren aktuell im Markt. Fangen wir vielleicht mal mit denen an. Natürlich haben wir heute die US-Arbeitsmarktdaten und die schauen wir uns mal tatsächlich an, wie sie rausgekommen sind. Unemployment Rate etwas höher als erwartet, 4,0, also etwas schlechter, also mehr Arbeitslosigkeit. Und gucken wir uns die Non-Farm-Payrolls an, die sind genau umgekehrt. Das heißt, es gibt noch mehr Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft, deshalb Non-Farm, die als erwartet wurden, also neue Beschäftigte. 150.000 wurden erwartet, 467 sind es geworden. Wie kommt das zusammen? Naja, die Frage, die kann man sich ernsthaft stellen. Passt das Ganze? Mehr Arbeitskräfte als erwartet? Deutlich mehr Arbeitskräfte, allerdings die Arbeitslosigkeit gestiegen. Das hängt halt immer davon ab, wie bei dieser Umfrage, das darf man nicht vergessen, es ist ein Umfrageergebnis, eben die Meinung der Leute ist. Deshalb, viele gucken gar nicht so sehr auf dieses, sondern eher auf die wöchentlichen Erstanträge, denn das sind sozusagen offiziellere Zahlen als das, was wir hier durch diese Umfrageergebnisse bekommen. Ich will das mal so stehen lassen. Wir können uns mal angucken, was der Markt daraus gemacht hat. Der DAX, fangen wir mit dem mal an, der ist ja nicht direkt betroffen von den Zahlen, aber trotz alledem natürlich vom Markt. Also, ich denke, es ist jetzt nun deutlich klar geworden, dass die Drehbewegung, die sich hier ja, naja, ziemlich deutlich aussah, als ob, wenn was passiert, dann im Clusterumfeld hier. Das hat sich ja offensichtlich bestätigt. Wir haben inzwischen dieses tief getriggert. Ganz kurz für diejenigen, die mich nicht so genau kennen oder das noch gar nicht so mitbekommen haben, eigentlich von der Theorie her ist das ein wunderbarer Einstieg, denn damit ist klar, dass diese Korrektur beste Chancen hat, beendet zu sein und das, was wir grob im Vorfeld haben, hier hinten nochmal passiert. Allerdings nehme ich typischerweise ungern, nein, eigentlich typischerweise gerne das als einen Einstieg, aber nicht, wenn das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, so ein bisschen einseitig ist. Das ist der Grund, warum ich das nicht als optimalen Trigger hier empfinde. Wir hatten darüber gesprochen, dass man eventuell eher schauen sollte, etwas aggressiver hier zu shorten oder für wen das nichts ist, eben zu gucken, ob es irgendwelche korrektiven Gegenbewegungen gibt. Lieber wäre mir gewesen, die sind ein bisschen größer, damit wir sehen können, ah, okay, also ich male es mal an, nur einfach so ein bisschen als Augentraining, dass es so ist und dann eine Korrektur, die hier hin in die Mitte gelaufen wäre, wäre mir etwas lieber gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wer das nicht scheut, sieht, dass das eine dreiwellige A, B, C, Gegenbewegung ist gegen den Trend und sie ist nach unten durchstoßen. Das mal so als ein Beispiel. Soll jetzt nicht heißen, jede dieser Bewegungen muss man traden, auch wir machen nicht jede dieser Bewegungen mit, weil wir manchmal sagen, ist mir zu klein oder bin ich mir nicht sicher. Das gibt es unter Umständen schon. Ich möchte euch aber die Idee vermitteln, dass ihr seht, was ist die starke Seite, was ist die eher schwache. Jetzt kann das noch passieren und das ist etwas, worauf ich jetzt auch im Folgenden noch setzen würde, wenn der Kurs jetzt mal wackelig hier nach oben kommt. Also das hier vielleicht eine Nummer größer, dann haben wir auch daraus nochmal die Fortsetzung nach unten als sehr realistisch. Ich würde das unbedingt nochmal als ein Verlaufsmuster im Petto halten, also sprich, wenn es dann nochmal die wackelige Gegenbewegung kommt. Und ihr erinnert euch, ich habe zwar hier jetzt in der Zeichnung das nicht mehr drin, aber ganz grob den Rücksetzer, den wir ja hier hatten von der Größe. Wenn wir eine ähnliche Rücksetzergröße hier nochmal bekommen, dann müssten wir da eigentlich landen. Also wir haben ohne weiteres noch eine Chance, dass wir hier längst auf Unterstützung noch stoßen, später nochmal dieses. Also das sind die aus meiner Sicht wichtigen Marken, vielleicht auch noch dieses Tief. Meine, sagen wir mal, Idee aus der typischen Bewegung wäre, dass wir irgendwo in diesen Bereich nochmal reinfallen zwischen diesen beiden Marken hier unter das Oktober-Tief bis dahin. Also das wäre so eine mögliche Zielmarke. Gucken wir mal auf den Dow Jones, auch der hat hier tatsächlich gedreht. Ich bin mal gespannt, wie der Einfluss der Tech-Titel, wir wissen, Amazon hat ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert und dementsprechend eigentlich ganz gut gepunktet. Zumindest war das bisher so zu hören, ob sich das wirklich jetzt gleich zur Eröffnung so umsetzt und vor allem, ob das beibehalten wird, das werden wir sehen. Denn die Märkte, gucken wir uns den Dow Jones an, beispielsweise spielen ein ähnliches Bild wie das, was wir beim DAX gesehen haben, nämlich die Chance auf einen Dreh. Das ist beim S&P auch nicht groß anders. Was hier allerdings noch dazu kommt, also dieses Bild würde ich vorläufig mal nicht mehr nehmen. Wir haben allerdings eine Abwärtsbewegung, die noch eine gewisse Restchance hat, wenn wir das triggern, dass zumindest nochmal eine Aufwärtsbewegung kommt. Die ist allerdings verhältnismäßig klein. Das ist der Grund, warum ich hier das gar nicht versuchen würde. Warum nicht? Ich bin also vorläufig nicht so sehr auf Long gebürstet. Selbst wenn er hier jetzt irgendwie durchkommt, hätte ich die Sorge, dass es nachher doch noch diese Abwärtsbewegung gibt. Was bräuchte ich, damit ich wieder glücklich werde für die Longseite? Dass wir sowas hier haben, sowas, von mir aus hier sowas. Und dann haben wir wieder den Fünfweller und diese Korrektur bürte dann wieder einen Einstieg. Das heißt, statt hier schon reinzukommen, um dann eventuell nur noch diesen Pinnökel zu bekommen, lieber hier einsteigen, damit wir quasi das Pandore hier nochmal bekommen mit Zielen, die dann eben deutlich höher liegen. Also vielleicht sogar in der Nähe 4900 und damit ebenfalls dann ja oberhalb dieser Marke. Also das wäre mir lieber. Also nicht jede kleine Longgelegenheit hier nutzen, sondern wirklich eher auf das etwas größere Bild hier gucken, ob das passiert. Für die Kurzfristigen kann man natürlich auch Intranachmittag sozusagen hier mal schauen, wenn wir hier einen Schub nach oben bekommen, was Wackeliges runter. Das sieht ja so ein bisschen aus. Kann man hier auch einen Zwischenlong machen, aber nicht mit der Maßgabe, oh super, dieser Zwischenlong ist jetzt der Türöffner auf 4900 und höher, sondern das ist einfach nur eine vorläufig ABC-Bewegung, also wirklich nur mit Zielweiten, die dann entsprechend dieser ursprünglichen Größe hier eben sind. Auffällig ist dabei nochmal das Zwischenhoch, was wir hier haben, was wir latent durchstoßen haben. Eigentlich diese Marke noch. Also ich sage mal, wenn wir durch diese beiden Hochs hier durchgehen, nach unten natürlich in dem Fall, dann sieht das nicht wirklich gut aus, was die bullische Seite angeht. Dann sind wir nämlich eher überschneidend. Ist noch kein Ausschluss für die Long-Seite, aber verringert die Chancen deutlich. Also im Moment wirklich ein angeschlagenes Bild, was die Märkte liefern. Der Nasdaq-Index hier, in dem Fall der Future, darauf ist ebenfalls quasi in der gleichen Schiene unterwegs. Ihr seht, dass wir hier diese Überschneidung schon haben. Das heißt, das Bild, dass es eben immer noch recht wackelig nach oben geht, dass das hier also insgesamt eher als eine Korrektur wohl aufzufassen ist. Und dabei geht es mir gar nicht exakt, wie die Linien jetzt hier laufen. Aber ihr seht, dass Gegenbewegungen in dieser Bewegung einfach überschneidend sind. Das ist nicht so ein tolles Bild für die bullische Seite. Also insofern alles Indizien dafür, dass der Markt eher die Tendenz hat, die Sorgen zu sehen und nochmal hier nach unten zu gehen. Das schließt nicht aus. Also bitte jetzt nicht enttäuscht sein, wenn der Kurs nochmal sowas macht. Es bleibt ja korrektiv. Dann haben wir halt später hier unseren Shorty. Also wir können daran jetzt nicht ablesen. Es muss heute Nachmittag definitiv fallen. Als Händler ist mir das auch nahezu egal. Wenn ich als Händler heute aktiv werden will, mache ich Folgendes. Ich gucke mir den Chart meiner Lieblingszeiteinheit an. Das ist völlig wurscht, ob ihr das in vier Stunden guckt und auf so eine Größe achtet. Oder ob ihr hier zum Beispiel guckt im Fünf-Minuten-Chart und auf so eine Größe achtet. Wenn ihr das bekommt, dann ist es vorläufig erst nochmal long. Hier hatten wir das auch eigentlich eher long. Das ist ebenfalls ganz wichtig. Ja, da hat es nicht funktioniert. Völlig richtig. Ich möchte, dass ihr das unbedingt im Hinterkopf behaltet. Das, was ich euch hier zeige, das klingt immer super plausibel und Mensch, das ist ganz einfach und das muss ja dann immer so funktionieren. Und der macht das seit 30 Jahren. Der kann das ja gar nicht scheitern. Doch, doch, doch. Das funktioniert häufig auch nicht. Der Vorteil ist allerdings der. Hätte das funktioniert, wäre meine Erwartungshaltung, dass ich ungefähr sowas nochmal bekomme. Also, meine Zielweite wäre das, lege ich hier mit falsch, ist mein Stopp hier drunter oder 78er. Das heißt, meine Stoppweite ist die. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, ich muss nicht jedes Mal richtig liegen. Auch wenn ich zwei-, dreimal negativ bin, mache ich immer noch mit dem Gewinn-Trade mehr. Wir müssen dann nur akzeptieren, auch emotional akzeptieren als Händler, wenn ich solche Trades mache, dass ich gegebenenfalls zweimal auf die Mütze kriege und beim dritten Mal erst den Gewinn. Und jetzt machen wir den kurzen Vergleich. Wenn ich einmal den Verlust und nochmal den Verlust mache und beim dritten Mal den Gewinn, dann habe ich halt nur den Gewinn aus dieser Differenz. Obwohl ich so eine schlechte Trefferquote habe. Zweimal verloren, einmal nur gewonnen, ist das immer noch mein Gewinn aus drei Trades. Also nur, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie Händler da ticken. Also, wenn das heute Nachmittag passiert, ist das natürlich keine Garantie, wie, dass das nochmal hinten drankommt. Also, merkt euch, so vorne das, hinten nochmal. Wobei ich nicht weiß, wo das passiert. Kann auch sein, dass es hier höher passiert oder da oder wie auch immer. Aber wenn das passiert, dann das, was ihr vorne habt, da hinten nochmal. Das ist keine Garantie, aber das ist eine sehr gute Orientierung, wie man seine Trades von der Größe her einteilt, damit man das Risiko so einrichtet, dass es passt und dass man sagen kann, hey, Trefferquote wird schon passen. Wenn ich das so und so oft mache, müsste das eigentlich gut gehen. Ihr könnt noch das Ganze ein bisschen pimpen. Vielleicht komme ich dazu nochmal in anderer Gelegenheit oder in einem meiner Wochenendvideos, dass ich das vielleicht nochmal anspreche. Ihr wisst, dass ich ja immer wieder die Märkte da auch nochmal anspreche und dann kann es sein, dass ich da vielleicht nochmal ein wenig intensiver drauf eingehe, wie ihr vielleicht durch zusätzlichen Arbeitsaufwand eure Trefferquoten etwas erhöht. Und ich sage bewusst etwas erhöht. Es geht niemals darum, ja, ich möchte immer richtig liegen. Naja, möchte ist durchaus gut, aber kann ist definitiv nicht gegeben. So traurig das ist und so sehr man sich das wünscht und Mensch, jetzt würde ich doch gerne. Ja, verständlich, leider aber nicht machbar. Trotzdem wunderbare Chancen aktuell in den Märkten. Und wenn euch in einem Markt das unbekannt vorkommt und ihr sagt, ich kann es nicht zuordnen, dann ändert entweder die Zeitebene und sucht das auf kleineren Zeiten, sodass ihr sagt, hier sehe ich wieder einen Schub und was möglichst wackelig ist, dann weiß ich, welches die Trendrichtung ist. Ja, hier auch bis in die kleinsten Detail. Was ist die stärkere, was ist die wackeligere Bewegung, was ist die Fortsetzung? Oder wechselt einfach das Instrument, das ihr sagt, oder machen wir es halt beim S&P oder beim DAO. Oder bei irgendeinem anderen Lieblingsmarkt oder einem sinnvoll handelbaren Titel eurer Wahl. In diesem Sinne, an dieser Stelle jetzt erstmal euch einen wunderbaren Nachmittag. Falls wir uns nicht mehr hören, ein wunderschönes Wochenende. Liebe Grüße und nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020